Hallo, da bin ich wieder. Heute gibt es Verbalsofixe des Aspektes der Abgeschlossenheit, hatte ich ja gesagt. Ich möchte als erstes die Verbalsofixe nur und zu besprechen. Beide werden halt, wie es für Verbalsofixe der Abgeschlossenheit üblich ist, an die Renyoke angeschlossen. Eigentlich sind die beiden identisch. Die haben jeweils zwei Bedeutungen. Nämlich einmal, wie gesagt, Aspekt der Abgeschlossenheit und zweitens nochmal so ein Betonungs- oder Verstärkungseffekt, den sie haben, wenn sie zusammen mit Verbalsofixen der Modalität wie Nu oder Beshi auftreten. Dafür mache ich dann auch noch einen weiteren Beispielsatz logischerweise. Hier geht es jetzt erstmal ganz einfach um den Aspekt der Abgeschlossenheit. Und weil Nu und zu identisch sind, mache ich insgesamt drei Beispielsätze, wo mal diesmal das vorkommt. Und es gibt eigentlich nichts Besonderes, wo drin die sich unterscheiden. Nu flektiert wie ein Verb der Nahen-Werbklasse, also ein unregelmäßiges Nah-Werb. Und zu flektiert wie ein Verb der Verbklasse Shimunidang. Und es gibt die grobe Faustregel, dass man sagen kann, dass zu an Tadoshi angeschlossen wird, also an transitive Verben, während Nu an Jidosi, also intransitive Verben, angeschlossen wird. Als Beispielsatz, um hier den Aspekt der Abgeschlossenheit zu demonstrieren, habe ich einen Satz aus dem Konjaku Monogatari-Shir genommen. Drittes Kapitel oder dritte Rolle, 23. Geschichte müsste das eigentlich sein. Die Geschichte handelt von einer Frau, eines wohlhabenden Mannes, die sehr geizig ist und nichts teilen will. Und deswegen halt auch sehr rücksichtslos und habgierig und so weiter und so fort ist. Und einer der Schüler Buddhas, ein gewisser Bindora, oder Pindora, stimmt, Pindora, macht sich halt auf den Weg zu dieser Frau, um sie halt zu bequeren und um sie dazu zu bringen, halt nicht mehr so geizig zu sein und Gutes zu tun. Ja, und darum geht es dann auch in diesem Beispielsatz hier, den ich jetzt mal vorlese. Das Nu als Verweise-Fix steht natürlich am Verb, oder an einem Verb, nämlich an dem Verb am Satzende, dem Prädikat des Satzes. Hier fehlt natürlich mal wieder das Okurigana. Eigentlich lautet das Verb ja Itaru und entsprechend müsste hier noch ein Ri stehen, wegen des Ren-Yoke-Anschlusses von Nu. Aber das ist natürlich mal wieder ausgelassen worden, weil der Schreiber ja gerade Lust drauf hatte. Deswegen müssen wir insgesamt hier das Zeichen Itari lesen und dann halt das nur dahinter. Gut, alles klar. Dann haben wir hier ein Ga-Tame-Mi. Das ist so wie im modernen Japanisch No-Tame-Mi, also zum Zweck von, um, zu und so weiter und so fort. Das ist also eher so final. Hier ist halt die Besonderheit, dass wir die Partikel Ga statt der Partikel No haben. Das kommt aber im vormodernen Japanisch häufiger vor, dass Ga anstelle von No steht. Es gibt gewisse Situationen, in denen das standardmäßig der Fall ist. Werde ich aber später auch nochmal drauf eingehen. Ansonsten Ga ist öfters mal No, kann man sich schon mal so merken. Hier oben derselbe Fall, da haben wir auch ein Ga und es ist auch wieder ein No, also eine Genitivpartikel. Entsprechend, wenn das hier eine Genitivpartikel ist, muss davor natürlich ein irgendwie substantivischer Bestandteil stehen. Und hier haben wir ja Kyoka-Sengu. Nu ist das, wer weiß, fix der Vermutung, das wir kennen. Nu, das angeschlossen ist an Himisen, Ke, San, Su, Tun, Machen. Und dann Kyoka, also Bekehren oder Belehren und Verändern machen, also jemanden belehren. Und beim Verbalsofix Nu sind die Rentaike und die Shushike identisch. Entsprechend ist das hier, weil es ja dann substantiviert sein muss, wenn die Partikel Ga dahinter steht, ein Nu in der Rentaike. Das nächste, was wir haben, wenn wir dann wieder, wie wir es eigentlich meistens machen sollten, von hinten nach vorne gehen, die Partikel oben, die das direkte Objekt markiert. Und davor haben wir ein Naru. Und vor dem Naru haben wir noch drei Schriftzeichen. Das hier heißt so, also man liest es Kywamete. Und das heißt sehr stark, äußerst extrem. Also es ist wirklich sehr, sehr stark schon. Und Jaken kennt man aus dem modernen Japanisch. Das ist ein Keodossi und bedeutet großhaft, böswillig, grausam, von sehr schlechtem Charakter und so weiter und so fort. Und das ist auch im Formulär ein Keodossi. Und wir haben ja zwei Keodossi, nämlich einmal die Keodossi, die als verkehrenden Bestandteil Nari haben, so wie hier, und die, die als verkehrenden Bestandteil Tari haben. Und hier ist es entsprechend eins mit Nari. Das endet hier aber auf die Silberu, also Naru, ist entsprechend auf eine Renta-Ike, entsprechend also auch substantiviert. Also das ist quasi das Boshaftsein im Akkusativ, also als direktes Objekt. Beziehungsweise das äußerst Boshaftsein. Und Gar, beziehungsweise Stapno, wessen Boshaftsein? Einer Frau, einer Ken-Don-Frau, einer geizigen Frau. Und Kano, weil die Frau vorher schon mal erwähnt wurde, also jene geizige Frau. Gut, das Ganze ist ein bisschen schwer ins Deutsch zu übertragen, weil wir hier diese Ngatangini-Konstruktion haben. Und wir haben für sowas im Deutschen einfach keine Entsprechung. Deswegen wird das ein bisschen freier jetzt in der Übersetzung, aber halt so, dass es sich natürlich noch sinnvoll nachvollziehen lässt. Jetzt fange ich am besten mit dem Hauptsatz an, weil der recht einfach ist, also Kano, Ona, No, Ie, Ni, Itarano. Er, dieser Pindora, erreichte das Haus jener Frau. So. Zum Zwecke von, wollen, bekehren. Also ich mache jetzt erstmal noch so eine schlechte provisorische Übersetzung. Gatangini zum Zwecke von, wollen, bekehren. Und wen oder was bekehren? Das äußerst grausam sein der geizigen Frau jener. Okay, jetzt kann man natürlich das geizig sein nicht bekehren, sondern bekehren kann man ja nur eine Person. Das heißt also irgendwie durch, also man kann es auch ganz wörtlich nehmen, durch lehren, verändern. Dieses Ka bedeutet ja auch etwas verändern. Und hier macht man es halt durch Kyo, also durch lehren, durch erklären. Gut, also. Er erreichte das Haus jener Frau zum Zweck von, wollen, durch Belehrung verändern, wen oder was, die Boshaftigkeit oder die äußerste Boshaftigkeit jener geizigen Frau. Und dann jetzt nochmal in schönem Deutsch, damit man es insgesamt in einem Kontext hat. Versuche ich das mal hier kausal, also mit Weil wieder zu geben. Oder ne, ich mache es ruhig trotzdem final. Also, nein, ich mache es doch kausal, weil es anders nicht geht. Oh, oh. Also, weil er den überaus boshaften oder schlechten Charakter jener geizigen Frau durch Belehrung verändern oder verbessern wollte, gelangte er an das Haus jener Frau. Das wäre dann so eine korrekte, zusammenhängende und schlüssige Übersetzung. Ähm, Itarinu, er gelangte dorthin, also dieses Itaru heißt tatsächlich irgendwo hingelangen oder irgendwo ankommen, ähm, würde man im Deutsch natürlich nicht sagen. Man sagt natürlich, er ging dahin. Aber im japanischen oder vormodern japanisch war einfach die Schwerpunktsetzung eine andere und deswegen hat man das auf die, ähm, auf den, auf die Handlung des Erreichens, hat man da auf den Schwerpunkt gesetzt. Ähm, genau. Dieses, äh, Itaru, also irgendwo ankommen ist ja eigentlich eine Handlung, die an sich schon punktuell ist, aber das wird halt nochmal explizit ausgedrückt durch den Aspekt der Abbeschlossenheit. Also er gelangte dorthin, zack, er tut das und es ist beendet. Er ist jetzt da. Genau. Und das ist der Sinn und Zweck, ähm, von Verbal-Suffixen, die den Aspekt der Abbeschlossenheit ausdrücken. Sie zeigen nicht an, in welcher Zeit irgendwas stattfindet. Das sind also keine Tempus-Anzeiger, sondern sie zeigen an, in welchem Handlungszustand sich ein Verb befindet. Ist es abgeschlossen, äh, ist es eine sich wiederholende Handlung, oder ist es eine dauerhaft stattfindende Handlung? Ähm, sowas alles kann im vormodernen Japanisch auf verschiedene Arten und Weisen ausgedrückt werden und dafür gibt es dann halt jeweils andere Partikeln oder Verbal-Suffixe. Ähm, auf die anderen werde ich dann aber nochmal später zurückkommen. Hier geht es halt wirklich um das Nu. Es zeigt an, die Handlung oder der Akt des Ankommens, zack, ist abgeschlossen. Nichts anderes. Okay, weiter geht's.